Werbung schreiben leicht gemacht. Wissen Sie, liebe Zuschauer, wie Sie am schnellsten und am besten Werbung für Ihre Angebote schreiben können? Indem Sie Vorlagen echter Textexperten auf Ihren eigenen Bedürfnisse umstricken. Nein, nein, Karl Theodor, Sie sollen die Werbetexte keinesfalls eins zu eins kopieren. Da weiß ich was Besseres. Wie Ihnen durch meinen vielen Newsletter inzwischen bekannt sein dürfte, habe ich sehr viel mit dem Schreiben von Werbung zu tun. Schon vor Jahren habe ich einen Ausweg aus meiner Zwickmühle gesucht. Einerseits wollte ich professionelle Werbetexte verfassen, andererseits wollte ich nicht zu viel Zeit mit dieser wichtigen Aufgabe verlieren. Aber wie sollte das gehen? Denn zuerst habe ich mir das Leben selber schwer gemacht. Werbewirksame Werbung zu formulieren ist eben ein geistiger Knochenjob. Also habe ich angefangen, jeden Werbebrief zu untersuchen, der auf meinem Schreibtisch gelandet ist. Warum, so fragte ich mich, spricht dich gerade dieser Werbetext so sehr an? Doch, ich kam nicht so recht dahinter. Also habe ich persönliche Lehrgänge besucht. Doch so richtig wurden mir die Augen geöffnet, als ich einen knapp 1000 teuren Fernlehrgang belegte. Zwölf Monate dauerte der und er brachte mir das richtige Strukturieren und Formulieren von Werbetexten bei. Endlich hatte ich die richtige Strategie verstanden. Dennoch, das war mir alles viel zu kompliziert. Und Ihnen wird es nicht anders gehen. Und da ich immer auch an meine treuen Leser denke und Ihnen das Leben erleichtern will, habe ich die Windows-Anwendung der Profi-Werbetexter programmiert. Der Profi-Werbetexter ist so aufgebaut, dass er Ihre Werbetexte gewissermaßen für Sie mitschreibt. Er zeigt Ihnen zum Beispiel an den richtigen Stellen, wie Sie dort in Werbetexten einbauen und unbedingt berücksichtigen müssen. Dazu habe ich viele Formulierungsanregungen in den Profi-Werbetexter eingebaut. Wie zum Beispiel ein Ratgeber, der Ihnen zeigt, welche Worte Sie benutzen müssen, damit Sie gefühlsintensive Werbetexte schreiben können. Laut aktuellen Untersuchungen gehört die emotionalisierte Kundenansprache zu den Megatrends der kommenden Jahre. Nur mit Fakten alleine werden Sie künftig so gut wie nichts mehr verkaufen können. 15 Links zu Informationsportalen im Internet und Hinweis darauf, wo Sie weitere Anregungen für wirkungsvolle Werbung bekommen. 20 Werbetextvorlagen, die bei mir ganz exzellent gelaufen sind. 522 Werbeanregungen in Form von Werbetexten, die von Profis verfasst wurden und aus denen Sie viel Honig für Ihre Werbung saugen können. 1295 Schlagzeilen, die von Profis in der Werbebranche erfolgreich eingesetzt wurden. Sparen Sie sich teure Lehrgänge, die bis zu 960 Euro teure Löcher in Ihrer Kasse reißen. Nutzen Sie lieber das preiswerte Programm der Profi-Werbetexte. Der kostet für Sie gerade mal nur ab 39,95 Euro. Günstiger und zugleich wirkungsvoller werden Sie Ihre Werbung nie mehr selber produzieren können. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsunline.de und bei YouTube kommen Sie über den Link direkt dahin. Machen Sie es gut, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Grademacher.